Das hat mir aber selber ganz schön wegtan. Warum konnte ich dich eigentlich nicht hochspringen lassen? Weiß ich nicht, ich glaub das geht nicht. So, haut ab ey. Spastis. Hier werden nämlich sogar noch Munition für dein Gewehr. Ich will die Kanaten loswerden. Oh, meine Fresse. Bam. Wo sind die denn? Ich kann die gar nicht sehen. Ach scheiße, jetzt hab ich Schrotgewehrmunition, ich geb's dir dir sofort. Pistolenmunition. Ja, ich würde auch gerne Munition für dich nehmen, aber ich kann sie nicht aufnehmen. Ja, Moment, wo bist du? Ach immer noch, dann komm wieder runter, da kommt er jetzt nicht mehr. Oh, ich mach's eigentlich auch weg. Oh, hier immer mal falsche Kaste drücken. Hilfe, Mann, wo bleibst du denn? Hilf mir mal, hilf mir mal, hilf mir mal, hilf mir mal, hilf mir mal. Ach, ich hab ja wieder Munition. Ich hab ja wieder Munition. Ich hab ja noch nicht noch. Ich hab ja noch was. Nee. Warte mal. Die, 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 die Viecher töten am besten. Schrotgewehr Munition liegt hier. So, ich geb dir auch noch mal Schrot einmal. Äh, tauschen mit, kannst du nicht aufnehmen. Scheiße, wie kann man denn hier... Wir machen das mal kurz, wir tauschen das mal kurz. So, jetzt hast du Schrot. Und, ne. Mach mal annehmen und dann... Ich hab die Lage noch an, ja. Und ich geb dir jetzt wieder... Wo ist der denn? Wo ist der? Ah. Tod. Tauschen wir, ich geb's dir gleich wieder. Äh. Kannst du auch direkt einmal benutzen, würde ich sagen. Ja, ja, passt so, benutzen. Wo kommt das Vieh denn her? Töte es mal. Ich kann nicht schießen. Ja, ich musste dich erst mal heilen. Äh. Ja. Scheiße. Gut, dass er grad Munition in der Hand hatte. Boah. So, jetzt erst mal hier heilen. Ach, ich bin voll scheiße. Scheiße, ich war voll. Egal. Ne, hab, äh, ich hab die, äh, ich hab die Pistolen-Munition verschossen. Kann dir welche geben. Aber ich hab selber wenig. Boah. Ja, aber halt mal. Oh, oh. Aber kombinieren kann ich mit der Waffe. So. Ja, das muss reichen. So. Und wieder Slide. Zwei Slots hier frei. Ja, jetzt geht's erstmal hier wieder ein bisschen Team-Action. Deshalb hast du deine Aufnahmen hoffentlich noch an. Äh, ja, ich glaube schon. Also ich hab's weiter nicht mehr gedrückt. Hast du noch ein... Ah, du hast noch ein Halbes. Das geb ich dir dann grad. Weil dann kannst du die kombinieren. Jo. Die Seite jetzt hat... äh, stottert so... Also der zielt so komisch. Vielleicht nicht gerade. Atme zu stark. Stimmt der mal? Nice. Jo. Jetzt auf jeden Fall. Nee, der ist ganz kacken-dreist. Einfach mal nix liegen. So. Okay, der Munition ist eins. Oh. Eiskalt aufgespielt. Oh, Handgranate. Krautgrün. Die brauche ich übrigens gleich alle, ne? Die Handgranaten, weil du musst dann da unten gegen die ganzen Viecher kämpfen, während ich von hier oben Granaten werfen kann. Ah, ja. Pistolenmunition kannst du hier nehmen. Brauchst du eh gleich. Und Kraut ist bei mir voll. Aber ich kann's auch nicht nehmen. Du, dann bist du. So. Ausrüsten. Ich könnte uns natürlich einmal mit grünen Kraut heilen. Und dann das grüne Kraut nehmen. Könntest du machen. Benutzen. Guck mal. Nicht E. Klar. Super. So. Dann. Aufnahme läuft. Gut. Tjuor nach wie vor. Oh. Alles gut. Weil jetzt wird's lustig. Und einen Pass. Was haben wir drin? Gold. das wort los hier alter na die granate gefällt scheiße so sekündchen eine etage runter so und dann was ist denn hier die külü und salto Und noch ein Saldo. Lol, der wirft ein Messer auf mich. Spast. Da kommt doch gleich wieder was hoch. Nein, Hedger nicht. Gewehrmunition, voll. Kann ich dir nicht mitnehmen. Egal. Er lebt immer noch. Ich komm mal rüber zu dir. Ja, du musst mir aufmachen. Du musst mir aufmachen. Ja, ja. Wo kann ich das nennen? Ah, hier unten. Ich werde das mal runterlaufen. So. The door is open, my friend. Oh, jetzt wird's lustig. Da oben ist noch mal nicht für dich. Ja, ich renne. Also wenn sie noch da ist. Ah, wo ist denn hier Treppe da? Hinter dir kommen ein paar Viecher, ne? Ja, die verfolgen dich jetzt gerade. Ja, ja. Ah, falsch geklickt, man. So, kombinieren. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Ich komme dir entgegen. Scheiß auf Munition ehrlich gesagt. Hin und wieder schon, ne? Danke Ja, äh, ich würde sagen, das ist über ein Magazin weniger Passiert Ja, jetzt wird's lustig, ne? Weil jetzt haben wir keine Munition mehr und hier, ne? Weißt du? Bescheid Aber ich hab grad voll die gute Idee Also hier werden auch Maschinengewehr-Munitionen-Welle brauchst Wo, 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 wo Ich hab ja jetzt auch die gute Idee, ne? Also wir laufen jetzt Äh, ich hab ja jetzt das Scharfschützengewehr, ne? Ich kann dem ja jetzt hier Hier unten Oh, dann unten? Ja Ach, da Unten geht eine Tür raus Ah, okay Ja, ich hab dich langsam gehört Komm schon! Komm schon! Danke! Egal. Beim nächsten Versuch. So, da haben wir noch so viel Schuss. Nachladen. Nachladen ist alles vollgeladen. Gut. Äh, ich nehme erstmal... Ich nehme erstmal hier die Handgranaten in die Hand. Geh auch ein bisschen weiter hinter. Und du lockst den dann immer. Und ich schiebe mit dem Scharfschützen. Alles klar. Aber erstmal ein Stückchen nach hinten laufen. Ach, Spasti. Da ist er. Der ist mies. Der ist mies. Ich mag ihn nicht. Vor allem finde ich das so doof, dass die nicht eine Kettensähe nehmen können. Ja. Ne, das wäre dann aber gewaltverherrlichender Hinhalt. Ach, und das Auge von dem ist eine Schwachstelle. Das würde ich schon genug wäre. Also das Auge ist von ihm übrigens hier, weißt du, ne? So, jetzt renn. Wieso zieht ihr das dir eigentlich HP ab? Weil es das kann. Ah, der hat aber wehgetan. Danke. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ach, ich muss nachladen. Ich hasse das. Wo ist der hinfall? Loil. Und dann kommt der um die Ecke. Ist klar. Ich hab schon auf ihn geschaffen gehabt, ey. Ey. Ey, das ist schon mies. Ja. Ja. Juhu, ich hab eine neue Waffe zu kaufen. Ich möchte aber gar nichts kaufen. Ich möchte aber mal, Schätze, verkaufen. Oh ja, das ist gut. Äh. Verhalten, Schätze. Dreimal verkaufen. So. So. Perfekt, ne? Und ich hab noch einen Saphir. Was haben wir denn jetzt? Ich könnte ja jetzt theoretisch, was haben wir denn noch? Schutzweste, die... Bin ich auch gerade mal überlegen. Die hatte ich die ganze Zeit gekauft. Wie kann man denn das... Muss man die dann benutzen, oder was? Die musst du im Inventor auch haben, ja. Also in deinem... Hier, ne? In deinem Luftflotting. Gut. Ja, ist vielleicht jetzt gar nicht mal so verkehrt, sowas zu haben. Wobei das Vieh das, wenn das zu nahe kommt, ist ja eh vorbei, ne? Ja, gut. Das muss reichen. Fertig.